Willkommen zum Frequent Traveler TV. Heute haben wir wieder Neuigkeiten, die es diese Woche gab. Die 737 MAX wird wohl in den nächsten Tagen wieder kommerziell fliegen. Das war für mich im Prinzip die fast wichtigste Nachricht. Dann Flughäfen haben ihre Landebahnen oder Terminals geschlossen. Frankfurt, werde ich aber auch gleich darauf eingehen, hat die Landebahn geschlossen, obwohl die Flugblende zum Beispiel von Lufthansa um 400 Prozent über den Winter, wenn die Reisen anfangen in den Winterferien, erhöht zu warmem Wasser zielen. Viele Hotelbonusprogramme haben ihre Bedingungen für 2021 publiziert. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch die Sendung, die ich gemacht habe, gesehen. Da hatte ich ja über Hyatt, über Marriott, Bonvoy, aber auch über Hilton gesprochen. In meinen Augen sticht wirklich Hyatt besonders heraus mit der Double Promotion. Und was auch interessant ist, ist wieder, dass die Freunde der Swiss Fondue in der First Class anbieten, am anderen Ende der Skala die EasyJet ab dem 10.02. neue Handgepäcksmaße einführen. Nur damit ihr es mal gehört habt, 45 x 36 x 20. Ganz genau, das passt gerade unter den Vordersitz. Das ist nicht mehr vor oben gedacht. Das heißt also, wer in die Bin seine Sachen legen möchte, der muss entweder einen Extra-Lagroom-Sitz buchen oder Upfront. Das heißt dann, oder auch aufgeben. Also im Prinzip immer mehr Geld ausgeben. Mehr dazu dann natürlich im Video zu den Themen. Ich habe auch nochmal eine kleine Übersicht gegeben, was heute kommt. Also einmal die 737 Max, habe ich ja schon erzählt. Hyatt, Globalist-Status, die Promotion. Ich erkläre euch einmal die Promotion, wie ihr sie selber nutzen könnt, wo ihr selber dann auch den Globalist-Status innerhalb der 15 Nächte machen könnt. Was aber natürlich voraussetzt, dass ihr geschäftlich reisen dürft. Oder dass ihr vielleicht nicht in Deutschland seid. Oder aber, dass ihr in einem Hotel seid, das nicht so ganz genau nachguckt, ob ihr auch wirklich die ganze Zeit da seid, wenn ihr vorhabt, da nicht hinzugehen. Also ganz, ganz wichtige Themen. Impfausweis wird Teil der Reiseunterlagen. Dann mein Highlight nach den 737 Max ist natürlich das Finnair Blaubeersaft verkauft. Das finnische Blaubeersaftgetränk, was für den Deutschen der Tomatensaft ist. Und natürlich unser Gewinnspiel mit Preisen im Wert von mehr als 4.000 Euro. Die Informationen könnt ihr natürlich auch entweder nachlesen oder aber auch auf den YouTube-Shownotes lesen. Da gibt es auch die Links. Ja, dann steigen wir einfach mal direkt einfach ein. Die 737 Max, die geht wieder in die Luft. Dafür habe ich euch mal zwei Bilder exemplarisch reingeladen. Links von mir, links von mir, wenn ihr davor sitzt. Und zwar ist das einmal Doug Parker oben mit seiner Frau, die am Flugzeug stehen beim Boden und dann einmal in der Kabine. Da ist Doug Parker mit seiner Frau auch wieder auf der linken Seite. Der dritte von links, wenn ich es richtig jetzt erkenne. Ja, das Flugzeug war 20 Monate am Boden. Es hat die umfassendste Sicherheitsüberprüfung der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt bekommen. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, die Bude ist sicher. Also es gibt wirklich kein Flugzeug, was mehr gekontrolliert worden ist. Mensch, da haut doch gerade das Bild ab. Was haben wir denn da für ein Problem? Da müssen wir einfach mal kurz gucken, was da Phase ist. Und ja, da gehen wir doch mal improvisiert direkt auf das andere Bild. Da sind wir ja flexibel. Da können wir dann auch direkt umschwenken. Also weiter geht's mit der 737 Max. Und zwar ist bei der 737 Max das Thema, dass man wirklich jetzt die Zulassung gekriegt hat in Amerika, in Brasilien, aber auch in Europa die Zulassung da kommt. Und China fehlt, hat politische Gründe in meinen Augen, weil man so ein bisschen Tit-for-Tat macht. Und das andere ist ganz einfach so, dass man ja bei chinesischen Fluggesellschaften so ein bisschen auf die Schulter klopfen sagt, hey, du willst, ja, du willst nochmal mit dem Flugzeug fliegen von Boeing und willst kaufen? Kein Problem, aber dafür musst du erstmal ein paar chinesische Flugzeuge kaufen. Dann darfst du auch wieder amerikanische kaufen. Also es war so im Gerüchtestadel, dass man ungefähr 20 chinesische kaufen muss, um dann wieder bei Boeing zu bestellen. Nein, ich weiß es einfach nicht. Weiter geht es einfach bei Boeing dann. Man hat die 450 Flugzeuge, die man auf dem Wartesaal hat. Ich mache einmal kurz nochmal hinten den Griff. 450 Flugzeuge sollen halt wirklich ausgetauscht werden und ausgeliefert werden. Und dann schauen wir doch einfach mal, ob das was mit der Kamera wieder wird. Die Kamera ist wieder da. Dann sehe ich euch. Nein, doch, da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Geht doch. Also das Flugzeug, 54 sollen ausgeliefert werden. Und das erste Flugzeug, was wieder geflogen ist, das ist das Flugzeug von Doug Parker von American Airlines, wo er selber auch mit seiner Frau an Bord war. Und die sind halt nach Tulsa geflogen in Oklahoma. Das ist die Reparaturbasis. Weil er hat ja versprochen, mal mit der 37 Max zu fliegen. Heißt also ergo, dass er da ganz einfach Gas gegeben hat und zu seinem Wort gestanden hat. Aber was heißt das für uns als Passagiere? Das heißt für uns als Passagiere, ab, und zwar festhalten, Dezember, soll die Max von Miami aus nach New York fliegen. Immer einen Umlauf. Aber wer auf dem Buchungsbeleg oder aber auf dem Boarding Passit, und das wird ganz klar kommuniziert, eine 737 Max kann kostenlos umbuchen. Bei Ethiopian Airlines geht man ja ein bisschen anders damit um, weil die hatten ja den Absturz leider. Und die sagen, da entscheiden die Piloten. Alaska Airlines, hatte ich erzählt letzte Woche, die tauschen die A320 sogar gegen die Max. Ryanair hat 75 Stück zusätzlich bestellt. Goal, und das ist ganz wichtig, die Brasilianer, die werden vielleicht die Ersten sein, die wieder kommerziell fliegen, ab 10. Dezember. Ja, also das heißt, wir haben heute den 5., das sind 5 Tagen, also die kommende Woche, da soll die wieder Gas geben. Was heißt das für die Crews? Also die Crew kann jetzt nicht einfach ins Flugzeug steigen und sagen, wir wollen das fliegen, so wie wir es beim ersten Mal gemacht haben, sondern man sagt jetzt einfach, du musst in den Simulator. Ich meine gehört zu haben, das sind 4 Stunden, die man Simulator-Training machen muss, um sich mit dem MCAS auseinanderzusetzen. Es muss jedes Flugzeug 6 Stunden lang ein Update ziehen vom MCAS-Programm. Einige müssen sogar noch einen zweiten Sensor eingebaut kriegen. Kabellage muss etwas geändert werden. Hat nicht unbedingt immer direkt was mit dem MCAS zu tun, weil es gab da irgendwas, das man gefunden hat, dass Kabel irgendwie, ja, quirky verlegt worden sind. Also das ist eine Reason-Operation und schauen wir mal, ob die Gold das dann am 10. wirklich als kommerziell macht. Aber Ende Dezember halt ansonsten American Airlines und United kriegt auch welche ausgeliefert. Schauen wir einfach mal, was da passiert. Ja, dann gehen wir zu den weiteren Kurznachrichten. Da seht ihr schon Corindon mit zwei neuen Zielen ab Bremen. Der Ferienflieger wird ab kommenden Sommer Ankara und Ismir zwei neue Ziele ab Bremen anfliegen. Damals steigt halt auch wirklich die Destination. Wer die Fluggesellschaften nicht kennt, ist ein türkischer Ferienflieger mit einem Headquarter in Atalia in der Türkei. Wurden 2004 gegründet, 2005 am 6. April hatten sie einen Erstflug, haben ja, sechs Millionen Reisende und haben auch Schwesterunternehmen in den Landlanden. Und in, auf Malta, in Malta? Auf Malta heißt das richtig, haben 13 Flugzeuge, 737-800 und sogar eine MAX. Damit passt das also auch zum Thema vorher. Dann als nächstes gibt es zum Beispiel die SkyUp Airlines, die fliegen von Berlin nach Kiew. Die ukrainische Fluglinie hat Flüge von Berlin nach Kiew, also Boris Pil, KBP in die Abkürzung angekündigt, starten so die Route am 29. März, dreimal die Woche mit einer 737-800 und fliegt in Konkurrenz zu Wizz Air, Ryanair und Ukraine International. Die haben in der Flotte 737-700, 6 737-800, 3 737-900 Extended Range, haben eine bestellt und es sollen sogar noch zwei mehr angeschafft werden. Und sie haben in Bestellung 4 737 MAX 8 und 3 737 MAX 10. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Heidelbeer oder Blueberry Juice, wie es im Englischen heißt, Blaubeersaft, gibt es jetzt auch zu kaufen im Supermarkt. Also das, was für den Fin der Tomatensaftersatz ist, ist ganz einfach jetzt als der Signature-Drinkset 2014 zu erhalten. Und diesen Blueberry Juice gibt es halt in der Tat im Supermarkt. Und eine Million Liter, das ist also ganz, ganz viel, ja, 2014 eine Million Liter, sind ausgeschenkt worden. Es werden 150 bis 200 Millionen Kilo geerntet pro Jahr in Finnland von der Wilden Beere, sind auch kleiner als die amerikanischen kanadischen Schwestern. Also nur damit für die Freunde, die es haben wollt. Ich kann es euch mal mitbringen, ich fliege ja öfters über Helsinki, also insofern, wer das haben möchte, gerne. Warum erwähne ich es ganz einfach? Deshalb, weil wir Fin Air ist ja schon ein ähnliches Konzept wie bei der Lufthansa geplant für März. Heißt also, ist Buy on Board, man kriegt als Getränke einfach nur Auswahl stilles Wasser, Tee, Kaffee und halt diesen Blueberry. Saft. Also insofern eine spannende Geschichte. Ja, jetzt kommen wir auch zum nächsten Thema Flughafen. Flughafen Frankfurt legt die Landebahn Nordwest wieder still. Man hat sie geöffnet, aber warum? Ganz einfach, man braucht die Parkplätze und es passiert ja auch nichts am Flughafen. Der BR hat ja schon seine Bahn quasi geschlossen und ab dem 14. Dezember wird das in Frankfurt auch der Fall sein. Ist aber auch nur temporär, weil halt wirklich die Flugpläne so ausgedünnt sind, dass man die Landebahn gar nicht braucht und sehr gut benutzen kann für die Parkposition. Das Bild ist ein Bild aus dem Sommer, wo man halt sieht, wo die Flugzeuge geparkt wurden. Ja, wer kennt dieses Manneken? Ich kenne es natürlich öfters von meinen Reisen durch den Hamad Airport in Doha. Der Flughafen Doha und auch der Flughafen in Bogota haben ein Fünf-Sterne-Rating erhalten von unseren Freunden der Skytrax. Ja, hat aber nichts mit der Flughafenqualität als solches zu tun, sondern mit der Covid-Safety-Rating. Und zwar ist das in Doha der erste Flughafen im Mittleren Osten, der diese Fünf-Sterne im Covid-Rating hat. Das heißt also, man erfüllt gewisse Standards und Maßnahmen bei den Pandemie-Einschränkungen. Es geht zum Beispiel um die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, für Reisen die Durchsetzung von Abstandsregeln und die Schulung vom Flughafenpersonal. Wenn ihr wissen wollt, wie die deutschen Flughafen abgeschnitten haben. Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf haben vier Sterne erhalten. Ja, ich weiß nicht, ob das mit Geld diesmal zusammenhängt oder nicht, aber ja, man weiß es nicht genau. Also insofern, das ist eine spannende Geschichte in meinen Augen. Ja, dann für Berlin. Da habe ich die Freunde bei der Eröffnungsfahrt, es ist schon über einen Monat her, am 31.10. hat Berlin aufgemacht und sie haben 213.000 Passagiere im ersten Monat gehabt. Und das sind 4.700 Flugbewegungen, die im November 2020 am BER durchgeführt wurden. Ganz, ganz interessante Geschichte und spannend in meinen Augen, weil das einfach begründet, warum man die Landebahn jetzt schließen kann, in Anführungsstrichen. Die eine, weil man sie einfach nicht braucht. Es ist nicht genug Bewegung, es passiert auch nichts. Und die ganzen Male, wenn ich in Berlin war im neuen Flughafen, es war Totentanz, in der Lounge waren zwei Leute maximal. Also da passierte gar nichts. Also insofern leider das Thema. Ja, weiter geht's mit dem Thema Hotels. Hyatt eröffnet in Stockholm ein neues Hotel. Das ist aus der Anbauen Collection, ist aber ein altbekanntes Hotel. Das Hotel Reisen, wie das deutsche Wort Reisen. Und die haben halt 144 Zimmer und haben auch einige, haben eine eigene Sauna. Also ganz interessant, wer da mal ein besonderes Erlebnis haben möchte. Also von der Lage her ist es super gelegen. Ihr seht das ja auch direkt. Also das ist wunderbar am Hafen. Ein nächstes Hotel, was mir aufgefallen ist, was aufmacht, ist das Hotel in Monterey. Das Millennium von Hilton, auch KUYO Collection, hat auch eine Eröffnung hinter sich. Und das Hotel verfügt über 303 Zimmer. Ein Standardzimmer gibt es bereits 65 Euro ungefähr oder 20.000 Hilton Honors Punkte. Ich muss euch das kurz noch nachreichen. Die Zimmer, die kosten ungefähr 140 Euro übrigens in dem Hyatt anbauen, damit wir das einmal kurz erwähnt haben. Ja, jetzt geht es ganz einfach um die Hyatt Promotion. Das ist das, wofür ich ja auch schon Werbung gemacht habe. Man kann den Discoverist normalerweise mit 10 Übernachtungen bekommen, kriegt ihn jetzt für 5, kann die Übernachtung halt durch die Doppelpromotion wesentlich schneller als doppelt so schnell erreichen. Der Explorers braucht man 30. Jetzt bräuchte man dafür in der Tat durch die Doppelpromotion auch nur die Hälfte. Und beim Globalisten 60 braucht man nur 30. Aber jetzt kommt der Knaller. Es gibt noch eine zweite Geschichte, dass also nicht nur die Nächte doppelt gezählt werden durch die Journeys Promo, wie sie heißt, sondern auch, dass die Ansprüche nächstes Jahr für die Stati oder Status, Status U-Deklination, dass der Status die Hälfte braucht. Das heißt also 30 für den Globalisten und dann die Hälfte davon, 15 für den Discoverist und dann 5 für den, wie heißt er nochmal, Discoverist, genau, Mensch, Explorist, unglaublich. Auf jeden Fall ist das dann quasi nur noch ein Viertel der Normalen, die man braucht und damit kann man wirklich so schnell den Globalist-Status machen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, auf die komplette Promotion und auch auf den Deal, den ich habe, weil das ist der Deal, den ich euch vorstelle. Nächstes Thema ist der Impfausweis. Also der Impfausweis wird wahrscheinlich unweigerlich Teil der Reiseunterlagen werden. Er wird auch immer benötigt, ich hatte das ja auch schon mal irgendwo erwähnt, auch im Rahmen, wenn man vom Yata diesen Travel Pass nimmt, wo man dieses hinterlegen kann digital. Also das kristallisiert sich in meinen Augen immer weiter heraus, dass man den Impfpass mitführen muss. Und diesen Impfpass, ja, man kommt einfach nicht drum rum. Und Gelbfieber als Stichwort, da ist es in der Tat ja schon so Usus. Also ich hatte das schon mal, dass wir Kunden hatten, die wegen Gelbfieber fehlender Nachweise nicht mitfliegen konnten. Also deshalb macht euch darauf einfach mal seelisch schon mal gefasst. Wer schon hart im Leben ist, der wird auch wieder sich freuen, dass der Flixbus sein Angebot ab dem 3. November wieder das Lockdowns also vorübergehend eingestellt hat und ab dem 17. Dezember wieder Verbindungen in ganz Deutschland anbieten. Geplant ist der Betrieb bis zum 11. Januar. Also das heißt, man kann da dann wieder mit Flixbus fahren. Für mich ist es nichts. Ich bin kein Flixbus-Freund, aber ich kenne viele, die es trotzdem machen. Und natürlich noch eine Promotion, die ich euch nachschieben möchte, von ihr HG. Und zwar kann man bis zum 30. Dezember 2020 buchen und Übernachtungen sind bis zum 31. März. Und die Buchung muss mindestens drei Tage im Voraus erfolgen. Die Buchung hat auch eine Vorauszahlung und ist leider nicht erstattungsfähig. Das heißt aber, man kann bis zu 48 Stunden vorher Ankunft dieses ändern. Das ist die Promotion The Night is on us. Oder wie es auf Deutsch heißt, eine Nacht auf uns. Interessant vielleicht für den einen oder anderen, der IHG-Jünger ist. Ich hatte heute auch einen Call mit jemandem, der IHG mochte. Also insofern, wenn er es mögt, macht es. Ist aber wirklich ein Problem, weil es halt nicht stornierbar ist und es sind direkt drei Nächte. In Deutschland selber ist es ja immer noch verboten, weil Privatreisen sind halt nicht erlaubt. Wenn es geschäftlich ist, für den einen oder anderen macht es vielleicht Sinn. Dann nochmal ein Thema Stammtisch. Wir hatten letzten Sonntag unseren Stammtisch-Call. Da hatten wir auch einen Überraschungsgast. Ich wusste selber nicht, dass er kommt. Jus Grewe, Head of Loyalty and Customer Insights von Lufthansa Group. Der war dabei, hat uns ja über eine Stunde wirklich Rede und Antwort gestanden. Der nächste Stammtisch, ich weise es einfach nur nochmal so prophylaktisch drauf hin. Das ist der 12.12. Einfach mal schauen, wenn er Lust hat, vorbeizukommen und reinzuhören. Geht direkt los. Dann, jetzt kommt der Part mit dem Deal. Und zwar Hyatt Globalist, jetzt für über zwei Jahre gesichert, ist also auch möglich. Man kann diese Promotion, so wie ich sie vorher gesagt habe, selber koordinieren, kann selber übernachten. Wenn man geschäftlich reist, kann das dann so machen, dass man 15 Nächte macht und würde dann den Globalisten haben. Die Promotion geht bis Ende Februar und damit hat man den Status dann zwei Jahre. Vor allem ein Vorteil dieses Statuses in meinen Augen ist halt wirklich die Konsistenz, die es bei Hyatt dafür gibt, weil Hyatt in meinen Augen zwar von den Hotels her nicht so viele Locations hat in Deutschland oder auch europaweit, aber sie holen sehr, sehr stark auf. Man sieht ja zum Beispiel, dass München aufgemacht hat. Man sieht ja auch, dass Hyatt House in Frankfurt, Hyatt Place aufgemacht hat. Das Hyatt House in Düsseldorf, das wollte ich eigentlich sagen, ist zum Willen geworden, zum Unbound, also auch ein super Hotel eigentlich. Und in meinen Augen finde ich das wirklich richtig top. Die Vorteile sind halt, Premium-Internetzugang sollte eigentlich überall dabei sein. 30% Bonuspunkte, da gibt es halt 30%, sonst gäbe es halt 5, 15 oder die 30. Als Globalist täglich eine Flasche Wasser. Was auch sehr spannend ist, ist der Entfall der Ressortgebühr. Bei Gratisnächten oder anrechnungsfähigen Raten, das spart auch Geld. Je nachdem, wo man ist, ist dieses dann nicht zu zahlen. Und das ist auch richtig Geld. Und Upgrade zum besten, je nach Verfügbarkeit erhältlichen Zimmer. Es sind sogar Standardsuiten da möglich. Das ist ganz, ganz wichtig. Für mich persönlich interessant ist auch, ich bin auch schon in Hotels Upgrade worden in Suiten, die nicht Standardsuiten waren. Also man kann da Glück haben. Und jetzt kommt es ein Punkt, Club Lounge. Die Club Lounge in heutigen Zeiten natürlich etwas reduziert vom Umfang her. Und auch von den Räumlichkeiten her. Aber die Hotels, in meiner Erfahrung, gerade das Grand Hight in Berlin zum Beispiel oder das Park Hight in Hamburg, die haben sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass trotzdem die Benefits kommen. Man hat abends Happy Hours und so weiter. Also es ist super. Auch Late Checkout 16 Uhr und Early Check-In ist also auch möglich. Und kostenloses Parken bei Gratisnächten. Interessant ist auch der Statusmatch zu MLive Rewards als Goldstatus. Wer viel in Las Vegas unterwegs ist, der kann das nutzen. Buchungsgarantie bis 48 Stunden vor Anreise ist im Moment natürlich nicht so, weil es halt leider nicht so viel los ist. Aber was interessant ist, ist auch, dass man einen Ehrengast schicken kann. Das heißt also, wenn ich einen Stay-off-Punkte habe, kann ich jemanden anders schicken und kann sagen, hey, ich habe meine Eltern oder Bekannte, Verwandte, die ich schicke und die bekommen dann dieselben Annehmlichkeiten mit Lounge-Zugang und mit allem. Dann, wie geht die Promotion, die wir haben? Und zwar, ich gehe einfach davon aus, und das habe ich auch mal geguckt, also ich habe so im Regelfall für eine Nacht im Hyatt im Schnitt 150, 155 Euro bezahlt. Von dem unteren Ende in den USA mit 49, 45 Dollar plus Steuern bis ins obere Ende 400 irgendwas Euro. Also insofern ist das schon relativ gut gerechnet. Davon bräuchte man 15 Nächte, wenn man von 0 auf 100 möchte, also von 0 auf Globalist. Und jetzt ärgert mich meine Kamera wieder, aber dann machen wir das direkt doch hier weiter. Und da ist es halt wirklich so, dass man dann diese 15 Nächte abreitet. Und im 1. Januar gibt es die Gutschrift in den ersten drei, vier, fünf Tagen des Jahres. Und damit hätte man den Status dann zwei Jahre, einen Monat, drei Wochen und ein paar kaputte Tage. Wir kümmern uns da drum. Muss ich einchecken. Wir kümmern uns auch darum. Beherbergungsverbot. Ja, das Thema ist ein wichtiges Thema. Also wer privat unterwegs ist, darf es nicht. Aber wir haben da eine Möglichkeit, die legal ist, weil sonst wäre es ja nicht möglich. Aber es gibt da halt einen kleinen Kniff, den wir anwenden müssen. Warum der Status so lange gilt? Ganz einfach, der Status gilt so lange, weil wenn der Status anfängt zu laufen, gilt er die Restlaufzeit des Status davor plus ein Jahr. Heißt also, da der Status, den man in dem Jahr 2021 erreicht, grundsätzlich gelten würde, wenn man einen schon hätte, bis zu 22 Februar. Kommt ein Jahr dazu, wäre dann also der 2. Februar 23. Damit gilt das Ganze dann zwei Jahre. Und eine Woche und ein paar Tage. Dann, warum ich nicht den Preis hier online nenne oder den Preis hier im Call erst nenne. Ganz einfach, es ist eine Sonderrate, die wir ausgehandelt haben. Und es passt auch nicht für jeden. Also ich habe schon heute Leute gehabt, die sich da für fünf Nächte den Status kaufen wollten. Da habe ich gesagt, hey, das macht anderes, macht Sinn. Da ist die Privérate. Aber ich kann euch einen Hinweis geben, es ist vierstellig, es ist eine eins. Also es ist ein niedrigerer Preis, als ihr denkt. So, dann die nächste Frage. Kann man es steuerlich Geld machen? Natürlich. Wir stellen eine Rechnung aus. Ist dann natürlich logisch. Und Statusmatch Voraussetzung war eine Frage. Statusmatch ist keine Voraussetzung, weil es geht von 0 auf 100, weil wir einfach auch die Promotion ausnutzen. Wir helfen euch da, die Arbeit abzunehmen. Wer es, nochmal, wer es selber machen will und wer selber meint, er hat den Plan, hey, Abfahrt direkt machen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, gerne schickt mir eine Nachricht entweder hier auf Facebook, auf YouTube, als Privatnachricht, weil wir halt wirklich diese Rate nicht öffentlich kommunizieren können, weil da auch einige, ja, es sind einige Zusatzleistungen mit inkludiert, die natürlich auch Erklärungen brauchen. Und insofern schickt mir das. Ihr werdet auch etwas später unten sehen, die Telegram-Kontakt, Kontaktmöglichkeit. Also insofern könnt ihr das dann auch wählen. Ich freue mich, wenn ihr einmal zu dieser Sendung, aber auch wenn ihr zu den Themen irgendwelche Fragen an uns, an mich richtet, dann werden wir oder ich das dann auch beantworten. Warum sage ich immer wir oder ich? Ganz einfach, weil wir sind ein Team. Wir sind drei Leute bei Frequent Traveller Circle. Wir machen Frequent Traveller TV. Das mache ich alleine. Aber ich beantworte die Hyatt Fragen. Wir haben einen Spezialisten für Kreditkarten und für Flugreisen. Also insofern haben wir alles abgedeckt. Hotels, Mietwagen, aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, Flüge und Bahn. Ganz genau. Also schreibt eure Kommentare unten rein. Hier, da muss ich gucken. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Entweder samstags wieder bei der Weekend Update Folge oder dann innerhalb der Woche, wenn ich so ein paar Themen einzeln mache oder wer Einzelcoaching oder Einzelfragen hat, auch gerne an mich. Ihr könnt die Telegram-Adresse benutzen. Also bis dann. Ich freue mich super. Bis dann. Ciao.